Und wieder einen wundervollen Montag hier in die Runde. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode. Ja, wir hatten ein Goodbye Deutschland, immer mehr Leute wollen auswandern. Ja, aber auch Goodbye deine Rente, meine Rente, unsere aller Rente. Goodbye, ciao. Was hat es mit der Rente auf sich? Wie sehen wir die ganze Sache? Wie haben wir vorgesorgt? Sorgen wir noch vor oder haben wir schon ausgesorgt? Und all dies und all das, Prognosen, die echt einen zweifeln lassen, ob das ganze System wirklich noch funktioniert. Was haben ehemalige Regierungen wirklich vergeigt? Thema Angie und Co., auch Team Schröder damals, was die da eingeführt haben über die Resta-Rente und, und, und. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln und vor allem auch darüber sprechen, wie wir das Ganze sehen, wie wir auch unsere Zukunft verbringen möchten und wie das Ganze halt eben auch gestaltet werden kann. Proaktiv oder dann doch immer darauf hoffen, irgendwie, dass sich jemand auffängt oder das Thema Altersarmut ist prägnanter mehr denn je. Ja, also ich finde klar, man redet immer über die Rente und man ist noch jung und denkt sich, ach, bis das soweit ist. Und dann geht man arbeiten, 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, wie Thomas Sach, kriegt immer diesen Rentenauszug und denkt aber, ehrlich gesagt, trotzdem nicht so wirklich drüber nach. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass wir jetzt halt mit der Pflege vom Opa zu tun haben, sind wir mit dem Thema, also sind wir gezwungen, uns mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen, Pflege und so weiter. Und ich muss sagen, das Gesamtpaket ist für mich super erschreckend. Also anders kann man es nicht sagen. Ich meine, um Gottes Willen, ich sage mal so, es ist sowieso krass, dass man die Rente nochmal versteuert. Das ist sowieso so ein Thema, wo ich mir denke, ey, wir zahlen jetzt schon genug Steuern. Ja, das war doch Team Merz. Team Merz hat das auch alles. Und jetzt wird die Rente nochmal versteuert. Ich muss sagen, meine Großeltern haben wirklich super gut vorgesorgt mit Gespartem und, und, und. Aber die Frage ist halt, wer kann das heute noch? Macht das überhaupt jemand? Weil, ganz ehrlich, also zum Thema Sparen, also mit irgend solchen Versicherungen oder irgendwelchen Bausparverträgen braucht man immer anfangen. Also erstens mal kriegt man so gut wie keine Zinsen. Und zweitens mal, wenn man das Ganze auflöst, zahlt man noch drauf. Also deswegen weiß ich nicht. Also ich habe mich letztens auch gerade mit einem Kumpel unterhalten. Er hat auch gesagt, also das Thema von irgendwelchen Sparteilen ist für ihn auch erledigt, weil, keine Ahnung, er muss 4000 Euro irgendwie nochmal Gebühr zahlen, wenn er das auflösen lässt. Also wirklich total hirnrissig, muss ich sagen. Also für mich das Thema auch durchklar. Viele sagen in Immobilien investieren, viele sagen Krypto und so weiter. Wahrscheinlich ist die Variante aus allem die sicherste Variante, dass man überall ein bisschen was streut. Aber die Sache ist ja, die ist ja schön und gut, dass wir alle davon reden. Aber ich brauche erst mal Geld zum Leben. Ich brauche erst mal Geld zum Sparen. Der Lebensstandard von den meisten ist ziemlich hoch, würde ich behaupten. Also ich sage mal so, einmal im Jahr Urlaub, das reicht schon gar nicht mehr. Die meisten gehen zwei-, dreimal im Jahr im Urlaub. Dann muss auch mal noch so ein Städtetrip mit drin sein. Dann muss man auch gut und gern nochmal auf ein Konzert oder auf ein Fußballspiel gehen können. Ins Theater, ins Kino, Essen gehen mit Freunden. Jede Woche was trinken gehen. Man hat Kinder, die Geld kosten. Man braucht ein Auto, was ja auch exorbitant ist, die Kosten. Man braucht ein Eigenheim. Irgendwie braucht jeder ein Eigenheim. Ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich so, dieser Mittelschichtstandard, den wir hier leben, der ist eigentlich noch so 80er Jahre, würde ich sagen. Aber in den 80er Jahren, 80er, 70er waren gefühlt halt die fetten Jahre, die Boomjahre, wo halt wirklich jeder irgendwie in den meisten Fällen sogar noch eine Immobilie geerbt hat wahrscheinlich oder halt ziemlich günstig bauen konnte. Es waren Arbeitsstellen ohne Ende da. Jeder hat, sage ich mal in Anführungszeichen, genug Geld verdient. Und da war eben der Lebensstandard. Ich fahre zumindest mal meinen Mittelklassewagen, habe zumindest mal ein kleines Häuschen mit Garten, habe ein bis zwei Kinder, fahre einmal im Jahr zumindest nach Spanien in den Urlaub oder an die Nordsee oder an die Ostsee von mir aus, fahre vielleicht nochmal an Weihnachten oder im Winter Skifahren. Und man hat sich gerade vom Essen her viel gegönnt, weil in der Kriegszeit gab es nicht viel. Also hat man da beim Essen, was Essen angeht oder was generell so das Leben angeht, Trinken, Zigaretten, da hat man halt einfach gelebt, weil man einfach aus der Armut kam, sage ich mal. Aber irgendwie gefühlt sind die Standards gleich geblieben, zum Teil gewachsen. Aber das Geld ist einfach viel, viel weniger geworden. Die Arbeitsstellen sind kleiner geworden. Also irgendwie passt es nicht mehr ganz zusammen. Ich denke, die meisten sind überschuldet. Dann redet man aber noch von, ja, irgendwie was weglegen, irgendwie was sparen. Ich meine das Thema Immobilien. Ich meine, um Gottes Willen, ich bin hier kein Immobilienfachexperte, aber entweder sind die Immobilienpreise krass hoch oder die Zinsen sind, sage ich mal, also die Zinsen sind niedrig oder die Zinsen sind hoch und die Immobilien sind dann günstiger. Also es ist immer das eine von beidem eigentlich, gehupst wie gedupst, wie man hier in der Pfalz sagt. Dann ist aber halt die Frage, wenn ich eine Immobilie kaufe, wäre es schon von Vorteil, ich bin ein bisschen handwerklich begabt, weil so eine Immobilie, auch wenn die jetzt neu ist, aber ich sage mal neu, wer kann sich das leisten? Also kauft man etwas Älteres. Aber da müssen auch Reparaturen gemacht werden. Und wenn man da wieder einen Handwerker braucht, das ist ja auch Mangelware, das ist ja auch sehr teuer, dann ist es schon von Vorteil, man kann das selber machen. Ist halt auch so eine Sache. Krypto kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, gar nicht aus. Aber die Frage ist einfach, hat jemand noch Geld, was wegzusparen? Also auch mal was wegzusparen für die Waschmaschine ist kaputt gegangen. Das Auto braucht eine Inspektion. Ich muss mal neue Reifen haben. Und dann kommen wir ja erst an die Rente. Also hat überhaupt jemand noch das Kontingent für die Rente etwas wegzulegen? Fragezeichen. Ja, es fängt ja allein schon da an, wer berät dich, bist du gut beraten. Die Leute haben sich damals meiner Meinung nach großflächig beschissen mit der Riester-Rente, haben Riester-Rentenverträge an angehende Rentner verkauft, wobei die haben gewusst, die werden diese Rentenlücke niemals durchfinanzieren können, wenn sie ins Rentenalter eintreten. Das war dann auch hier Gruß an die ehemalige Regierung Angelo Merte. Das war auch das Thema Rente mit 63. Haben alle natürlich gejubelt und geschrien, jawohl, 63, wir gehen früher in Rente. Ja, aber die Lücke dazwischen, der vorhergehenden Eintrittsalter, wer tut das zwischenfinanzieren? Da sind über, ich weiß nicht wie viele Milliarden Kosten entstanden, allein durch diese Lücke, die nicht geschlossen wurde. Deswegen haben sie es wieder auf 67 erhöht, stückweise. Jetzt munkeln sie ja und jetzt diskutieren sie ja so unter vorgedeckter Hand, verdeckter Hand, ja, das Renteneintrittsalter bis 70, damit es auch finanziert werden kann. Generationenvertrag, dies, das und so weiter und so fort. Aber machen wir uns nichts vor, wie gut wirst du beraten, wo geht dein Geld hin und kannst du das überhaupt leisten? Die Jenny hat es ja schon gesagt, es ist alles teurer geworden, was sind die Marktzutrittsschranken? Das sind die Marktzutrittsschranken, ich kann nicht sparen. Da braucht mir auch keiner was von ETF-Sparplänen zu sagen oder oder. Ich habe hier jetzt mal kurz mal was geöffnet. Aktuelle Zahlen aus 2024, die durchschnittliche Rente in Westdeutschland, bei Männern 1540 Euro und bei Frauen 960, klar, Erziehungszeit, dies, das, Teilzeitverhältnisse, also Teilzeitjobverhältnisse bei Frauen, deswegen auch weniger in den Pott einbezahlt oder Ostdeutschland 1300 Euro knapp bei den Männern und 1200 Euro knapp bei den Frauen. Ja, aber bei... Ja, was willst du denn damit machen? Also bei weniger in den Pott eingezahlt, kommen wir ja schon dazu, wer zahlt denn überhaupt noch ein? Also ich meine, wir werden gefühlt immer mehr Bürger in dem Land, aber leider nicht durch Babys, sag ich mal, oder durch Nachwuchs, sondern es kommen andere Menschen mit hinzu, die dann auch noch einen Anspruch auf irgendwelche Gelder haben und natürlich auch auf Rente. Aber die Sache ist die, die Geburtenrate geht ja stetig, glaube ich, seit den 80ern zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich meine, also mein Vater war, ist Baujahr 64, das war noch so diese fetten Boom, Babyboom Jahre, wo es richtig viele Kinder gab. Aber wenn ich allein unser Bekanntenkreis angucke, also ich sage mal so, der engste Bekanntenkreis, dann hat nur eine Freundin ein Kind bekommen und da war sie auch schon 40. Also ja, weil halt einfach, ich weiß nicht, die Bedingungen, die für Kinder bekommen, geschaffen werden, sind einfach eine Katastrophe in Deutschland. Man kann es anders nicht sagen. Man muss definitiv zu zweit arbeiten gehen, selbst wenn der Partner Akademiker, Doktor oder Anwalt ist, reicht das Geld meistens, also was heißt reicht das Geld nicht? Meistens geht es ja auch um die Krankenversicherung, weil der Mehrverdiener privat versichert ist und meistens geht der Partner dann schon mal aus Gründen dieser Versicherung arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, geht es auch gar nicht anders, wenn man einfach ein Kind hat, manche haben mehrere Kinder, noch schlimmer, doppelte Kosten, ja, dann die ganze Kinderbetreuung in Deutschland, meiner Meinung nach, die Öffnungszeiten der Kindergärten, Katastrophe, Hort muss man dann vielleicht bezahlen, also muss man auf jeden Fall bezahlen, wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Also man bekommt ja nur Steine in den Weg gelegt als Frau, wenn du beim Arbeitgeber dich bewirbst ab einem gewissen Alter, eigentlich fängt das Alter ja schon so ab 20 an, kann man sagen, da wird man eigentlich so indirekt gefragt, ob man schon Kinder hat oder den Wunsch nach Kindern. Wenn du dann eine Frau mit 30 bist ohne Kinder, dann brauchst du wahrscheinlich erst gar keine Bewerbung loszuschicken. Also das ist schwierig, wenn du dann ein Kind hast, in vielen Berufen einfach, zum Beispiel im Handel, wo wir herkommen, ist es eine Katastrophe. Die Öffnungszeiten geben die Kinderbetreuung gar nicht her. Klar, wenn du natürlich, sag ich mal, guckt man, wenn man tolerante Chefs hat, dass man das irgendwo hinbekommt, aber es ist schwierig machbar. Ja, dann, wenn das Kind krank ist, muss es vom Kindergarten geholt werden. So viele Kindkranktage hat man gar nicht. Die Betreuung sollen Eltern und Großeltern übernehmen, aber manchmal hat man gar keinen, sind einfach keine Großeltern mehr da, beziehungsweise arbeiten die Großeltern vielleicht selber noch, weil sie eben, wie Dommer gerade gesagt hat, lange arbeiten müssen. Manchmal wohnen die gar nicht in derselben Stadt, also das gestaltet sich dann auch super schwierig. Also im Prinzip, und wenn man hier Kinder sieht, muss man wirklich sagen, sind die meisten Leute oft von Kindern genervt, weil sie zu laut sind, sich nicht benehmen können oder sonst was. Also irgendwann habe ich das Gefühl, dass die Leute eh von allem genervt sind. Die Leute sind ja auch von Hunden genervt, obwohl die eigentlich gar nicht viel machen. Also irgendwie ist es halt nicht so wirklich ein kinderfreundliches Land und das macht natürlich dann auch das Ganze aus, dass eben die Geburtenrate schon stetig zurückgeht, weil man sich zum Teil auch einfach nicht leisten kann. Also wer soll dann diese Kassen noch füllen? Also wer soll das Geld bezahlen, was wir irgendwann bekommen? Die Frage stelle ich mir halt einfach. Das kommt ja dann auch noch dazu, was einfach super schwierig ist. Ja, es wurden Tür und Tor geöffnet, Leute ins Land geholt. Also das soll jetzt nicht populistisch daherkommen. Auch mit der Prämisse so, ja, da wird halt eben auch so eine Art Lücke abgefangen. Aber wie es derzeitige Trend halt eben ist, läuft das komplett gegen die Wand. Da haben sie sich Sachen vorgenommen, auch ein lieber Herr Merz. Es ist jetzt auch hier keine, ich stehe hier niemanden unter Generalverdachten, was weiß ich nicht, und sage, so und so läuft das, wer bin ich, wie kenne ich mich aus, schaffe ich in der LVA, was weiß ich nicht. Ja, wie das ganze Rentensystem funktioniert und was die Hochrechnungen zeigen, dass es jetzt mittlerweile dann in den nächsten Jahren ein Minusgeschäft wird. Man weiß gar nicht, wie das finanziert werden soll, beziehungsweise heißt es auch an anderen Stellen, dass teilweise, wenn jetzt die Rentenzahlungen aufhören, also die Beitragszahlungen aufhören, dass die Kassen nur noch drei Tage lang für Auszahlungen für Rentenempfänger halten würden, wenn ich mich nicht täusche, ich kann mich täuschen an der Stelle, ja, keiner ist von Fehlern gefeit, aber das zeigt doch einfach, dass, guck mal, die wollen das Rentenalter erhöhen, um diese diversen Lücken zu schließen, also ganz ehrlich, ich würde mal gerne Statistik sehen, wie viele Leute eigentlich gerne das Rentenalter erreichen, weil sie sich, egal auf welche Art und Weise, vom Leben verabschiedet haben, ob sie sich kaputt geschafft haben oder sonstiges, ja, also ich nehme mal, da ist auch eine riesengroße Zahl dahinter, die mir einfach, ich kapiere es nicht, man sieht es ja im Nachbar-Ausland, hier im EU-Ausland, bei uns so drumherum, was da das Rentenniveau ist, teilweise, dass Leute 90 Prozent ihrer Rente bekommen und so weiter und so fort, warum wird, oder warum wurde dann das Gesetz verabschiedet, dass unsere Rente nochmal besteuert wird, also es kann mir keiner, und du hast es ja schon zur Lebzeit, ja, eh schon versteuert, durch deine Einkommensteuer, das ist ja der Witz, das kann dir doch keiner vernünftig erklären, und auch wir als Solo-Selbstständige, wir müssen ja eh gucken, wie wir aufbauen, vorbauen, ausbauen und so weiter, ja, ich mache das fast nicht nochmal auf, aber die Beamten, ja, die Beamten, die in dem ganzen Apparat arbeiten, ja, die natürlich ihre Pensionsansprüche haben, ja, das nennt sich ja dann ganze Pension und sowas, ja, die zahlen keine Abgaben, ja, warum dürfen die in den Topf, also, ihr seht, es geht hier viel um Gleichgerechtigkeit, um Gerechtigkeit, dass jeder gleichgerecht behandelt wird, aber de facto ist es ja nicht so, und mir kann keiner erzählen, ich war auf vielen Ämtern, auch, auch damals in Speyer, wo ich aufgewachsen bin, geboren bin, was da auf den Ämtern abläuft, ja, unter aller Kanone, und keine Ahnung, wie die sich ihre Arbeit einteilen, aber wir als ganz normale Leute hier, die in der Realwirtschaft arbeiten, hätten uns so eine Arbeitsmoral niemals erlauben können, nochmal, ich mache jetzt hier nicht nochmal irgendwie einen Fass auf, aber wohin soll das alles führen, ja, mir braucht auch keiner sagen, ja, der macht Krypto, ja, dann macht Krypto mal ein bisschen Blockchain, guckst du mal, wie das da funktioniert, oder stell dir irgendwo einen Server auf oder kaufe ich einen Server ein, Bullshit ist das alles, was für eine Eigentumsquote haben wir denn hier in Deutschland, 50, 60 Prozent weniger, Tendenz fallend, ja, in Kroatien haben sie eine Eigentumsquote von fast 95 Prozent, also das heißt, dass dort keiner, fast keiner in irgendeiner Mietwohnung haust oder sowas, ja, natürlich gibt es das auch, ja, natürlich gibt es auch Airbnbs und Booking, kannst du alles buchen, wie du willst, ja, aber was läuft denn hier komplett verkehren, ja, das ist ja schon die Politik, die anfängt, Gesetze zu verabschieden, Gleichstellungsgesetze zu verabschieden, die unter aller, also ganz ehrlich, der ist ja komplett gestört, wer sowas verabschiedet, ja, wer sowas noch gut findet, auch meinetwegen, wer das jetzt hört, bei uns im Bekanntenkreis, wer die Parteien feiert, die das verabschieden, ganz ehrlich, löscht euch, ja, löscht euch aus dem Telefonbuch, aus der Freundesliste irgendwo, es ist nicht normal, was hier in dem Land abläuft, ja, dass alte Menschen, egal wie viel sie geleistet haben, oder auch, vielleicht konnten sie es ja auch gar nicht leisten, weil, wenn sie auch zum Beispiel einen Erziehungsauftrag hatten, die Kinder groß zu ziehen, weil früher wurden ja noch Kinder gemacht, heutzutage bist du ja asozial, wenn du Kinder machst, ja, aber zwei, drei Kinder heißt, oh, das sind ja komische Verhältnisse, ja, wir waren fünf Kinder, wir waren ja die größten Assis, ja, sozusagen, ja, wie kann man fünf Kinder auf die Welt bringen, was weiß ich nicht alles, ja, aber wo führt das Ganze hin, ja, wir haben natürlich das ganze Thema Generationenvertrag, und wo das alles herkommt, über den Bismarck, was weiß ich nicht, ja, vor allem, was weiß ich nicht, ja, das sage ich viel zu oft, aber ist de facto so, und dann, was da aktuell in der aktuellen Politik abläuft, ey, ganz ehrlich, die veräppeln uns alle, die veräppeln vor allem euch, ja, da verabschieden sie irgendwelche Kiffergesetze, jetzt kein Hate an die Leute, die das konsumieren, oder auch die das auch medizinisch brauchen, es gibt ja mannigfaltige Anwendungsgebiete, aber ich sage es euch, wie es ist, das ist einfach, wie damals im alten Rom, ja, gebt ihnen Spiele, ja, und natürlich habt ihr schon die Peitsche parat, ja, damit ihr euch hier Zuckerbrot und Peitsche, gebt ihnen Spiele, da werden sie schon ruhig sein, und nichts anderes ist es, bloß hier voll digitalisiert, voll im Social Media angekommen, und keine Ahnung, es ist ja alles so toll, und ich merke es schon gar nicht mehr, weil ich so verstrahlt bin, ich habe hier Leute in meiner Umgebung, die immer sagen, ja, die sind so ein bisschen verpeilt, ja, dann denke ich mir, nee, komm, ich werde mich wieder irgendwo reinpedern, jetzt erzähl du mal ein bisschen, weitergehen. Ja, das Ding ist halt einfach, ich sage mal so, wenn man sich es wirklich angucken muss, wie mit alten Menschen hier umgegangen wird, es ist wirklich eine, es ist mehr als nur eine Katastrophe, wenn man überlegt, dass die Menschen, die heute alt sind, dieses Land aufgebaut haben, das ist meist, na, also Kriegsgeneration, mein Opa ist Kriegsgeneration, meine Oma war Kriegsgeneration, und wenn man sich überlegt, wie man die Leute verarscht, also die haben ihr Leben lang gebuckelt, geackert, also die Leute haben wirklich noch geackert, ja, ich glaube, mein Opa hat seinen ersten Bandscheibenvorfall auch mit 20 gehabt oder so, selbstständig, egal, immer weiter geackert, gebuckelt, gemacht und getan, und dann bekommst du am Ende des Tages noch deine Rente gekürzt, und letzten Endes wirst du als alter Mensch wirklich behandelt, wie so ein ausrangierter Turnschuh, weil du leistest ja nichts mehr, du bringst ja nichts mehr, also beim Arzt wird auch schon geguckt, lohnt sich das eigentlich noch, die Behandlung so auf die Art, also es ist wirklich traurig, und wenn ich mir dann dieses Thema Pflegeheim angucke, dann wird es ganz übel, also man muss damit rechnen, dass man im ersten Jahr pro Monat 3.500 Euro für ein Pflegeheim zahlt. Leute, ich bitte euch, egal wie alt ihr seid, geht bitte mal in so ein Pflegeheim und besucht mal jemand, da fallt ihr rückwärts um, ganz ehrlich. Runtergekommen, in die Tage gekommen sind die Heime, stinken nach Urin, auf gut Deutsch gesagt, die Menschen dort, ich habe ja einen Schock gekriegt, da saßen 20 Rentner im Rollstuhl, ich habe guten Tag gesagt, wie man das ja so macht, die haben mir gar keine Antwort gegeben, weil die so sediert waren, also um Gottes Willen, ich will jetzt auch gar nicht den Menschen, die dort arbeiten, das angreifen, weil de facto will es ja keiner machen, also ist einfach so, es will keiner in der Pflege arbeiten, weil es ist ja schon jahrelang so, die Pflege ist halt das, wo man hingeht, wenn man nichts gelernt hat, auf gut Deutsch gesagt, da kommen nur die Leute hin, dass dann da die Kompetenz fehlt, ist klar, aber ich habe Fälle erlebt, also wo wirklich mir die Freundin erzählt hat, in Deutschland, dass die Oma von ihrem Partner verschlagen wurde im Pflegeheim, aktuell gerade habe ich gehört, ja, ist jemand im Pflegeheim, auf jeden Fall, trinkt er schon seit längerer Zeit an die fünf Liter pro Tag, das ist auch den Pflegern aufgefallen, aber dass man vielleicht mal auf die Idee kommt, das untersuchen zu lassen, weil es ja Diabetes sein könnte, also für mich ist immer, wenn jemand viel trinkt, die erste Alarmglocke, okay, könnte das Diabetes sein, dass man da mal gucken lässt, nee, dann gibt man demjenigen noch über eine längere Zeit Wassertabletten, dass der am Ende einen Blutdruck hat von 200 oder was und man denkt, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, der Arzt stellt fest, ja, einfach diese Wassertabletten waren einfach zu lange Zeitraum, zu viel und es hat dem Körper das komplette Natrium entzogen und dann denke ich mir, okay, alles klar, also das sind Pfleger im Heim, dreieinhalbtausend Euro kostet das, man müsste ja meinen, für dreieinhalbtausend Euro im Monat ist man in so einem Luxus-Privatklinik, wo man super gutes Essen kriegt, nee, es ist schlechtes Kantinenessen, weil es muss ja auch alles wirtschaftlich sein, ob das da viel noch mit Vitaminen und Nährstoffen zu tun hat, weiß ich auch nicht, wie gesagt, die Leute werden sediert, also, sorry Leute, also geht bitte mal hin und guckt euch das an, wie gesagt, kein Hate an die Leute, die das machen, ich weiß, ihr seid unterbesetzt, ich weiß, ihr verdient viel zu wenig, gehe ich komplett mit, ich frage mich, wo das Geld hinkommt, anstatt in die Gehälter, dass die Leute dafür jetzt, die dort arbeiten, nichts dafür können, ist klar, aber da muss doch mal der Staat eingreifen, weil Fakt ist eins, alt werden wir alle, wir bekommen nicht alle Kinder, wir haben auch nicht alle Tiere, das ist eine Entscheidung, die wir treffen, aber wir werden alle alt und hoffentlich werden wir alle alt und wir sind alle mal auf Pflege im Alter angewiesen und wenn wir es nicht sind, sind es auf jeden Fall unsere Eltern oder unser Partner, also das betrifft uns alle und das ist so eine Sparte, wo man einfach so die Augen zumacht, wenn man dann überlegt auch, klar gibt es Unterstützung, Gott sei Dank, von Tagespflegestätten, von wirklich Instituten, die helfen, die alten Leute zu waschen und so weiter, bin ich echt froh und dankbar drum, aber auch da braucht man wirklich lange Vorlaufzeit manchmal auch, bis man da einen Platz bekommt, weil die Plätze einfach total überfüllt sind, also es ist wirklich, als alter Mensch, du kommst dir in diesem Pflegeheim vor, als ob diese Leute einfach nur ihre Zeit abwarten, bis sie ins Grab fallen und der Deckel geht zu, ganz ehrlich, also man muss das so krass sagen und also ich muss sagen, seit letztem Jahr habe ich mich ja mit dem Thema beschäftigt und ich bin wirklich geschockt, ich bin wirklich schockiert, keine Ahnung, man kann mich jetzt auch für naiv halten, dass ich vorher einfach die Scheuklappen auf hatte oder die Augen zugemacht hatte, ich habe halt mit dem Thema nie zu tun gehabt, aber wenn man sich das dann anguckt und sich so überlegt, okay, mir geht es vielleicht in 40, 50 Jahren genauso, dann ist es einfach ein super, super erschreckendes Bild, vor allem denke ich mir, wie will man denn diese dreieinhalbtausend Euro im Monat zahlen, also je länger man in dem Heim ist, angeblich wird es günstiger, ja, also vor allem, keiner will in so ein Heim, glaubt mir das, also das kann man auch kein Mensch antun, dann kann man sich noch kümmern um eine mobile Pflege zu Hause, aber da muss man auch mindestens mit zweieinhalbtausend Euro im Monat rechnen, dann kommt wieder das, was Thomas sagt, hat man dann Eigenheim, dass man wenigstens keine Miete zahlt oder lebt man in Miete, kann man sich die Miete überhaupt noch leisten als alter Mensch, kann man überhaupt noch groß Essen einkaufen und sonst was, also das Geld, was man hat, das reicht ja gerade für die Dinge oder reicht vielleicht gerade mal fürs Heim, ich meine, jetzt kann man sagen, alter Mensch braucht immer viel, okay, schön und gut, aber bist jetzt alt geworden, um dann, wie gesagt, da in einem Zimmer zu hocken, sediert zu werden und zu warten, bis du ins Grab fällst oder bist du vielleicht noch so fit, dass du im Alter nochmal auf ein Theater gehen kannst, nochmal irgendwie eine Kaffeefahrt machen kannst oder so, reicht das Geld dann? Also ich weiß nicht, das ist alles wirklich nicht zufriedenstellend und ich muss euch sagen, wie gesagt, das ist so ein Thema, ich habe das auch immer so ein bisschen weggeschoben, ja, Rente, Rente hin, Rente her, aber es ist ein Thema, wo ich sagen muss, es belastet mich tatsächlich, wo ich mir denke, okay, wo soll das alles hinführen, wie sollen wir mal enden, also das geht ja so weit, dass man schon so Gedanken hat, dass man sich denkt, hoffentlich schläft man im Alter einfach in Ruhe ein und das war's, weil die Verpflegung einfach wirklich eine Katastrophe ist, was da ist, du musst ja dankbar sein, weil die Leute sind dankbar, wenn die im Krankenhaus sind und werden zum Beispiel gewaschen oder denen wird geholfen, keine Ahnung, auf die Toilette zu gehen, da sind die dankbar, früher hätte man vielleicht noch gesagt, naja gut, das ist halt der Job von so einem Pfleger, heute musst du da noch dankbar sein und gibst der Person noch fünf Euro im Prinzip, dass die ihren Job macht oder auch in so einem Heim, also es ist wirklich, es ist eine Katastrophe, ich weiß nicht und wie gesagt, ich kann noch froh sein, also wir können noch froh sein oder mein Opa kann noch froh sein, dass die wirklich so eine Generation waren, die wirklich noch super viel gespart haben, das Ding ist aber, wie gesagt, heutzutage, man kann zum Teil nicht mehr sparen und dann denkt man sich natürlich auch, die haben sich zum Teil auch schon zu Tode gespart, die haben dann ihr Leben eingeschränkt, dass sie ja gespart haben fürs Alter und letzten Endes nutzen sie es dann im Alter überhaupt oder wird es dann vererbt, ich meine, alles schön und gut, aber jeder sollte ja für sein Leben sich sorgen und man sollte ja trotzdem leben, weil man weiß nie, wann es vorbei ist, kann auch morgen schon vorbei sein, was bringt einem dann das ganze Gesparte, das ist wieder die Kehrseite und dann kommt mein Opa mit seinen 88 Jahren und sagt, oh ja, wenn es so weitergeht, dann geht unser Geld wieder kaputt, dann sage ich, Opa, wie ist das Geld kaputt? Und dann sagt er, war schon mal der Fall gewesen, also nach dem Krieg, ist ja tatsächlich so, Inflation und dann der Crash und dann ging es von vorne los und das ist natürlich der nächste Punkt, das sage ich ja wie Opa, ging es von vorne los, ah ja, alles auf Null, keiner hat mehr Schulden, keiner hat mehr Hab, dann wurde quasi eine Istaufnahme gemacht, eine Inventur von deinem Haus, von deinem Geschäft vielleicht, von den Gütern, die du da hattest oder sonst was und dann ging das Ganze von vorne los. Aber das heißt, auch die, die gespart haben, haben dann halt auch nichts mehr. Also von daher, es ist schon eine schwierige Sache, also deswegen, entweder Edelmetalle wahrscheinlich oder Immobilien, Krypto, wie gesagt, kenne ich mich nicht aus, aber die Frage ist, was tun wir, dass es uns später, dass es uns heute schon besser geht und gut geht und dass es uns später gut geht. Ja, und da wir alle Zahlen, Daten, Fakten mögen und lieben, habe ich hier noch ein paar ZDF mitgebracht, Zahlen, Daten, Fakten, bis 2035, wie die Zahl, also die Anzahl der Rennen auf über 23 Millionen steigen und natürlich dementsprechend, aber da hier weniger Adäquates nachkommt, weniger Einzahler, die das Umlagesystem, wie es genannt wird, halt eben stützen, befüllen, befüttern. Rentenbeiträge wird erwartet von Experten, ja, derzeit 18,6% auf rund 20 bis 22%, also guck mal, die nehmen uns ja eh schon aus. Dann machen sie hier nochmal, nicht mal 20 bis 22%, ist, schmeckt anders, ne, sofern keine Reformfolge, auf die Reform will ich auch gleich zu sprechen kommen, was sich ja unsere tolle Ampel-Koalition da so ausdenkt und halt eben auch hier die Rentenlücke wird nach wie vor gesagt, geht mal ein bisschen riestern und verlasst euch auf die betriebliche Altersvorsorge. So, da gucken wir mal, die liebe Ampel-Regierung, die ja so toll für uns arbeitet und schafft und macht und Cum-Ex schon vergessen hat, Vorschlag einer kapitalgedeckten Rente als Aktienrente. Da wollen sie quasi am Aktienmarkt mit dem lieben Geld über Fonds, pipapo, wollen sie spekulieren. Ja, wir alle wissen, wie spekulieren funktioniert. Du kannst so oder so kann es in welche Richtungen ausarten. Die Ampel-Koalition hat 2023 beschlossen, 10 Milliarden Euro in einen Aktienfonds einzuzahlen, um Aktienrenten zu starten. Es handelt sich um Ergänzungen zur Umlagefinanzierung der Renten, nicht um eine vollständige Umstellung, weil wir wissen auch, was das immer heißt. Es wird erwartet, dass die Aktienrente langfristig zu höheren Erträgen führt, die dann zur Stabilisierung der Rentenkasse beitragen soll. LOL, ja, damit meine ich nicht die Sendung hier über euren Streaming-Dienstleister, sondern einfach nur LOL, ja, laughing out loud, das ist einfach nur noch langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus. derzeit liegt es bei etwa 48% des Durchschnittseinkommens und soll nicht unter 48% sinken. Also das Rentenniveau langfristig stabil halten. Witz, ja, anstatt 100% von deiner Rente, 48% finden die noch in Ordnung, ne, aber sich selbst die Taschen voll machen und sich dann noch in Gremien reinkaufen nach ihrer Karriere, wenn es denn eine Karriere ist. Das Rentenniveau zu stabilisieren ist eine kostspielige Maßnahme. Dies erfordert entweder eine Erhöhung der Rentenbeiträge oder staatliche Zuschüsse. Wissen wir auch, ne, staatliche Zuschüsse. Nein, wir nehmen lieber noch mehr Steuern ein, ja, unser Staat ist eh schon kaputt, lass doch bei den lieben Arbeitnehmern da draußen noch Geld einsammeln. Ja, früher war es der zehnte, ja, also nur 10%, mittlerweile sind wir bei fast 43, 44%. Die Koalition plant durch die Kombination von Beitragserhebungen, Anhebungen und steuerlichen Zuschüssen das Niveau zu halten. Pipapo, ihr könnt euch da gerne auch nochmal selbst durchlesen, stärkere Einbeziehung von Selbstständigen, klar, ein Selbstständiger muss auch vorsorgen, ein Selbstständiger glaubt mir, ein Selbstständiger wird es auch nicht den Zufall überlassen, was mit seiner Rente ist. Aber wenn er mal kurzfristig viel Gewinn oder Umsatz erzielen kann, denke ich, wird jeder Selbstständige auch Solo-Selbstständige sich um seine Finanzierung kümmert. Statische Zuschüsse zur Rentenversicherung, machen wir uns nichts vor, die nehmen uns immer mehr weg und hier beschließen sie, dass sie uns was geben wollen. Pipapo, glaub ich nicht, ja, das ist einfach nur noch ein, ein, für mich ein Komplettversagen in jedwede Richtung, da braucht man auch kein Modell aus Schweden zu übernehmen, bei Schweden hat ganz andere Probleme, Schweden, da wurde ja auch damals auf das Bildungswesen von Schweden geschaut oder von nordischen Staaten, wie das ja viel besser funktioniert, auch eine Kindertagesbetreuung, darüber machen wir auch mal gerne nochmal ein Thema auf, Kindertagesstätten, Kindergarten und Co., da haben wir auch ein paar Sachen zu schwätzen, aber machen wir uns nichts vor, du kannst nicht immer jedes System x-beliebig auf einen anderen Staat übernehmen, nein, es ist sehr individuell, Strukturen sind anders, unsere, also die ganze Demografie kann anders aussehen, ja, wie viele Einwohner haben wir hier, ja, was hat ein Schweden, ja, also nicht um das Abwerten jetzt irgendwie darzustellen, aber du musst hier ganz anders angehen und aber vor allem, ja, machen wir uns auch nichts vor, es werden immer die Lösungen oder diese Vorschläge umgesetzt, die auch sich gegenseitig zugeschachert wird, auch unter vorgehaltener Hand, machen wir uns da nichts vor, wir wissen auch einiges aus dem Balkankonflikt, was damals rausgekommen ist, zwischen verschiedenen Parteien, ja, was da eigentlich so maßgebend war für die ganzen Konflikte, so viel dazu, also Rente, ja, kümmern die Jenny und ich, also wir kümmern uns auch proaktiv darum, um, ich habe da erst vor zwei Wochen wieder einen Rentenbrief bekommen, ja, also voll der Witz, das Ding ist halt einfach, also de facto, jeder braucht mehr Geld, aber was tun, ich meine, im Endeffekt, wenn du in einem Angestellten, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, ich meine, klar kann man zielstrebig sein und eine höhere Position anstreben, aber sind wir mal ehrlich, die höheren Positionen sind begrenzt, meistens muss man warten, bis einer in Rente geht oder abgesägt wird und dann ist es immer noch Nasenlängen-Faktor, ob ich die Stelle einfach bekomme, Gehaltserhöhungen sind irgendwann fertig und meistens sind diese Gehaltserhöhungen 100 oder, ach Gott, wenn es überhaupt 100 Euro sind, wenn es versteuert worden ist, ja, also brauchen wir alle einen Nebenjob, ja, aber keiner kann mehr wie arbeiten, ich meine, jetzt bist du schon 40 Stunden auf deinem Hauptjob und das Geld reicht nicht, jetzt gehst du am Wochenende noch an die Tanke oder was für 10 Stunden, dann hast du gar kein Privatleben mehr, irgendwann kollabierst du oder klappst zusammen, das kann man alles machen, wenn man jung ist, haben wir alles gemacht, 5, 10 Storps oder so, ja, während dem Studium noch hier und da, funktioniert alles, solange man jung ist, aber wenn man älter wird, wird es halt einfach auch schwierig und dann kommt wieder die Frage, naja, wenn man Kinder hat, für was hat man Kinder oder auch für was hat man Tiere, wenn man sie am Ende des Tages nicht sieht und immer nur malochen geht, ist auch scheiße, also brauchen wir einfach eine Lösung, wo wir mehr Geld verdienen können oder so viel Geld, wie es uns bedarf, weil jeder hat ja auch einen anderen Bedarf an Geld, sage ich mal, wo wir einfach wirklich was tun können für uns und das ist auch der Grund, warum wir mit diesem Business gestartet sind und zwar schon frühzeitig, viele haben gesagt, ah, die kriegen ja einen Halsnetz voll genug, hier gehen sie 100 Stunden mal hoch und dann auch das, darum geht es gar nicht, es ist einfach die, wie soll ich sagen, einfach das Sicherheitsgefühl, was mir das Ganze gegeben hat, dass ich einfach nochmal ein Sicherheitsnetz ab, wenn mein Job mal weg ist, aber auch das Sicherheitsgefühl, dass ich dieses Business eben, wie gesagt, überall mit hinnehmen kann, wenn es mal in Deutschland, sage ich mal, schlecht aussieht, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der hat zu mir gesagt, ja, also er hat, also sie, sie hat eine Kollegin oder so, die wirklich eine super gute Stelle hat, aber sie hat immer alle Koffer gepackt, dass falls irgendwas ist, sie mit allen Koffern auch sofort das Land verlassen kann und Akademiker, also ich meine, ich will jetzt nicht immer nur die Akademiker in den Himmel heben, aber ich will nur damit sagen, also jetzt nicht irgendwie irgendwelche, wie man es den Leuten ja immer sagt, irgendwelche komischen Querdenker, wie man es ja immer nennt, sondern wirklich Leute, die einfach so denken und deswegen braucht man einfach diese Sicherheit eben, dass man sich das Einkommen verschaffen kann, wie man möchte, natürlich ist es bei uns jetzt auch keine Lösung, dass du jetzt heute anfängst und morgen bist du Milliardär, das kannst du vergessen, wenn dir irgendjemand so eine Scheiße erzählt, ich kann das schon nicht mehr hören, dann am besten gleich blockieren, weil das ist Schwachsinn, egal was du machst im Leben, egal was, man muss Step by Step gehen, man braucht Durchhaltevermögen und die, die durchhalten, egal bei was, werden am Ende des Tages belohnt und natürlich erarbeitet man sich immer mehr Geld, sage ich mal, aber es dauert natürlich auch, es ist ein Prozess und vor allem musst du bereit sein, natürlich auch zu arbeiten und die Dinge zu tun, die du machen musst, also musst dein Job, deine Tätigkeit, musst du ausführen, es ist aber dir überlassen, ob du das zu welcher Zeit du das machst und von welchem Ort aus du das machst und für wie viele Stunden du das machst, natürlich ist der Einsatz deiner Stunden wieder abhängig von deinem Lohn, das ist natürlich auch logisch, aber es ist definitiv eine Möglichkeit, um zu sagen, Mensch, ich habe hier einfach Angst, ich bekomme hier Panik, ich muss was tun, ich brauche Geld, ich habe vielleicht Schulden, ich muss was für die Rente aufbauen, ich will sparen, ich will in Urlaub, dann kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, melde dich wirklich bei uns und hör dir das Ganze an, und es kann dein gesamtes Leben verändern, es muss nicht, vielleicht ist es auch nichts für dich, aber dann hast du es dir zumindest angehört, dann bitte gib aber nicht auf und guck weiter, weil wir müssen alle etwas tun, Leute, es ist kurz vor knapp, es ist einfach so, wer jetzt noch da draußen sitzt auf dem Weinfesten, pumpt ein Schorle nach dem anderen und macht die Augen zu oder sediert sich und sagt, es wird schon alles gut sein, Leute, der Zug fährt immer weiter ab, ihr müsst gucken, dass ihr wirklich noch irgendetwas macht, ich kann es anders nicht sagen. Anders kann man es auch nicht mehr sagen und mit aller Vehemenz muss man nur so sagen, ob man sich da jetzt ein zweites Standbein aufbaut, um eine private Vorsorge zu treffen, wo man darauf vertraut, wo man sich reingelesen hat, wo man weiß, wie das funktioniert und nicht irgendwie nur eine Werbung gesehen hat, ist das durchaus, also ich bin der Meinung, man sollte alles geprüft haben, bevor man urteilt und vor allem sollte man halt eben, wenn man das geprüft hat und für sich, also man muss schon eine Entscheidung treffen, wie man was machen will. Wir haben hier jetzt auch nicht den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und wissen alles und es funktioniert alles super, nein, aber drauf zu vertrauen, dass jemand kommt und sagt, ey, ich nehme dich an die Hand und du wirst eine super Rente haben, es wird alles gut, nein, der Zug ist abgefahren, ganz, ganz lange schon. Und die klassische Selbstständigkeit ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das hat halt immer wieder was mit Investition und Risiko zu tun, also ich weiß nicht, ich habe mal von der Uni von München, gab es mal Zahlen, also ich habe da auch einen Studiengang belegt, Reference Marketing School und da hat der Professor gesagt, ich glaube, wir haben, keine Ahnung, wie viel Prozent Startups, Unternehmen, die starten und von denen, ich sage mal, wenn jetzt 60 Prozent starten, davon bleiben wirklich nur 10 bis 5 Prozent, der Rest verwirft die Idee wieder oder muss einfach die Idee verwerfen, weil es sich nicht rechnet, weil ihr müsst mal so überlegen, wenn ihr eine Geschäftsidee habt, in der Regel ist es mit super vielen Kosten verbunden, auch mit laufenden Kosten, manchmal muss man Miete zahlen, man muss Mitarbeiter zahlen, man hat, sage ich mal, Ware, die man einkaufen muss oder vielleicht auch Produktionssortiment, was man braucht, einfach um produzieren zu können, also es ist ein hohes Risiko und bei uns kannst du halt für null Euro starten, also von daher, das Modell wird immer attraktiver, weil einfach jeder damit starten kann und man hat einfach null Risiko, weil wenn du heute startest und merkst, ey, sorry, das war jetzt doch nichts für mich, dann hast du im schlimmsten Fall 30 Prozent ein Leben lang auf alle Produkte, das ist aber ganz schön schlimm, wenn man jetzt auch noch in der Zeit sparen kann, weil es ist wirklich so, dass wenn du mit den Prozenten hast, du die Produkte wirklich günstiger als da draußen im Handel, wirklich für chemiefreie Ware, also es ist einfach gigantisch, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, Leute, ihr, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, die Probleme sind da, macht die Augen nicht zu, lasst euch da nicht vom Staat einlullen und sediert euch da, sondern geht die Probleme an, weil jeder von uns hat ein Recht da drauf, finanziell frei zu sein, jeder von uns hat das Recht darauf, glücklich zu sein und in Ruhe alt zu werden und in Frieden zu sterben, um das mal so zu sagen. Ja, zum Glück sind wir noch nicht sechs feet andere und so. Ja, aber Leute, wir reden, du hast vorhin angeschnitten Kinderbetreuung, ja, aber was ist denn mit der alten Betreuung? Ich meine ganz ehrlich, jeder von uns hat Eltern, jeder von uns wird mal alt, okay, was mit uns mal ist, das wissen wir halt nicht, wir können uns nur finanziell absichern und es vielleicht regeln, was mit uns mal ist, aber ich sage mal so, jeder von uns hat Eltern und wer möchte seine Eltern in solchen Pflegeheimen geben, wer kann es sich leisten, so ein Pflegeheim zu bezahlen, aber wer möchte es auch für seine Eltern? Also ganz ehrlich, aber dann kommen wir mit der Pflege von den Eltern auch wieder an die Grenzen, weil wenn ich von rund um die Uhr maloche, wie will ich dann einen Arzt besuchen gehen, wie möchte ich mich kümmern, dass jemand in die Tagespflege kommt, wie möchte ich mich kümmern, dass gekocht wird ordentlich, dass gewaschen wird, gebügelt wird, das Haus muss geputzt werden, auch wenn man das um Gottes Willen nicht alles selber machen kann, aber man muss es organisieren und wenn, sage ich mal, was ist, also keine Ahnung, die Person hat Herzrasen, die klappt vielleicht zusammen, fällt von der Leiter, wie das halt so ist, dann muss man ja auch, genau wie bei einem kleinen Kind, sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus, ja, und das möchte man ja auch tun und das ist einfach das Schöne bei uns, dass man sich hier auch flexibel einteilen kann und irgendwo auch einen Teil der Pflege übernehmen kann und ich sage mal so, das ist mehr als Gold wert, weil ich sage mal so, unsere Eltern haben uns als Kinder großgezogen, man möchte ja irgendwo auch was zurückgeben und es sind ja die Eltern einfach, ne? Ja, aber ich sage mal so, man kann, man kann sagen, dass wir da auf jeden Fall zwei Riesenprobleme haben, also nicht das Erwachsenwerden an sich und sowas und da dann das Leben zu bestreiten, sondern einfach, wo bist du pflegebedürftig als Kleinkind und dann als Rentner, als, als gut, wenn du, wenn du schön alt wirst, aber du wirst halt eben nicht jünger, Bewegungsapparat, ihr seht, da muss vorgebeugt werden, da muss nachgeholfen werden, wie will man seine Rente bestreiten oder aber auch, ja, wie sieht die Kinderbetreuung aus? Ich denke mal, dazu treffen wir uns zu einem anderen Podcast hier nochmal an der Stelle und ansonsten hast du noch was zu sagen, irgendwie Vielen Dank fürs Zuhören, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, eure Tipps, eure Tricks, ja, bleibt uns gesund, bleibt uns sauber, lasst ein Like da, ein Abo, ein Kommentar und ja, wir freuen uns über alle Zuhörer, macht's gut, bis dann. Bis dahin und ja, ciao. Ciao. Ciao.